Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Idol Mafia. Ich werde erstmal starten, dann werden wir warten. Einen kleinen Augenblick. Go, 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 Idol Mafia. In letzter Zeit haben sie irgendwie viel mit Mafia, ja? Ich sollte The Grand Mafia spielen. Das ist ja kaputt, das geht ja hier auf meinen Rechner irgendwie nicht. Was war das andere? Mafia? Oder nur Mafia hieß der eine. Den habe ich ja gespielt. Und jetzt Idol Mafia. Naja. Es ist die Mafia Zeit. Und los. Warum ist das so langsam heute? Was ist denn los mit meinem Internet? Das Runterlein hat auch schon so lange gedauert. Oh, normal geht das immer ganz schnell. Oh, ich könnte mal zwei. Nein. Okay. Da mag ich die ganzen schon mal. Gleich zum ersten Kampf gehen. Oh, das wird knapp. Das wird ganz knapp. Der ist ganz schnell dort. Der ist ganz schnell down. Bei mir ist der wahrscheinlich schnell down. Der Rest müsste überleben. Ich weiß es nicht. Voll knapp ist das. Boah. Boah, gerade mal so eben geschafft. Verrückt. Welchen Mafia Chef ist der zwei? Der wird vorgeschlagen. Dann nehmen wir doch den. Okay. Und. Und. Auf Maximal oder? Hm. Gehen wir erstmal ins Büro rein. Videos Boost. Ach nee, das war Video angucken. Müssen wir mal gucken hier. War schon ein bisschen länger her, wo ich das gespielt habe. Frosch im Hals. 18 Truhen habe ich. Äh, Tresorventruhen. Okay. Davon habe ich 8. 5. 5. 5. Naja, 2 Millionen habe ich nicht. Die brauchen ja auch für was anderes. Die waren glaube ich zum Ausrüsten oder zum Verstärken von meinen Angestellten, sag ich jetzt mal. Ich habe schon ein lilaner Stern. Ich habe schon ein lilaner Stern. Ich habe schon ein bisschen mehr zu machen. Da brauche ich wahrscheinlich erstmal ein paar Doppelte würde ich sagen. Erstmal ein paar Doppelte würde ich sagen. Na gut. Also machen wir das hier. Öffnen wir. Das ist die Gratis-Truhe. Muss ich wieder gucken. Da nicht. Dann die goldene. Eins. Mysteriöse eine. Oh, episch. Dann diese hier. Oh, noch ein episch. Und den hab ich auch schon. Den hab ich glaube ich auch schon. Ich hab den bei mir Machete glaube ich genannt. Was heißt genannt? Für mich ist es Machete. Da. 45. Ich hab drei Stück. Ich muss wirklich zwei Opfern. Das ist aber irgendwie schade. Ich brauche ja immer zwei, die auf Level 1 bleiben. Die können nur zwei Sterne holen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der kann auch mehr Sterne holen. Noch ein bisschen. Und er sagt, davon habe ich noch zwei. Das habe ich keine mehr. Perfekt, das geht ja so. Yippie. Okay, von denen habe ich jetzt nur einen. Aber. Also ist das gar nicht schlimm. Ich nehme nicht diese Leute, sondern nur diese Puzzleteile von denen. Jetzt habe ich zwei lila Stanzchen. Yippie. Familie. Sammeln. Fertig. Kämpfen. Ich fange mit der schlechtesten an. Und arbeite mich langsam hoch zu den guten. Na ja, guten nicht, zu den starken. Kampf. Ah, den einer hat er doch noch gekriegt. Wird schon sahen. Warum ist das Internet so langsam? Mensch. Gut. Genie. Nein. Nun wird ihn ja. Nächster Kampf. Okay. Was episch ist. Äh, kaltes Getränk. Ach, ich wollte mir doch durchlesen, was da steht. Mensch. Egal. Okay. 10% Lebensraub, das ist doch gut. Lebensraub finde ich immer gut. Okay, das ist auch gut. Ah, okay. Und wieder da. Ich habe auch so ein Video angeguckt. Kampf. Das sieht jetzt gut aus. Ich denke, mit dem 5 komme ich auch schon sehr, sehr weit. Schaden egal. Hauptsache Leben. Ja, ich wollte gerade sagen, obwohl Schambrüche wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber noch geht es hier locker. Oh, das ist gut. Gut. Also das war das erste Legendäre, was ich gekriegt habe. Ich mache das jetzt so, das erste Legendäre, was bis dahin war jetzt nur Heilung. Jetzt kommt nur Schaden. Zum nächsten Legendären. Zum nächsten Legendären. Das ist auch gut. Naja. Ich wollte hier zu Scham machen. Das ist nur der hier mit Schaden. Einer Bein war mit Heilung. Nun, ich bin jetzt hier mit der Schaden. Ich mache es nicht gut. Es gibt dort eine große Herausforderung. Ich mache es nicht gut. Es gibt es nicht gut. Ich mache es nicht gut. Ich habe es nicht gut. Ich habe es nicht gut. Ich nehme es nicht gut. Ich nehme es nicht gut. Das ist Schaden, wenn ich Schaden kriege. Na gut, machen wir es so. Ah, hier wieder mit Bion gucken. Nein. Dies mauer aber nicht. Ok, dann schau was dabei rumkommt. Die werden langsam stärker. Ich bin jetzt bei 13.186. Crit-Treffer. Mal schauen wie stark ich jetzt bin. 13.186, immer noch. Oh, oh, oh. Das sieht ganz übel aus gerade. Ok, immer das mit dem Debuff. Das wäre jetzt gut. 50% mehr Leben. Ok, ich mach das. Eine Minute. Ok, wieder da. Ach, mal zwei, oder? Muss man nicht so lange warten. Mal sechs geht nicht. Ich bin gesperrt. Ok. Ah, hier ist schon wieder Crit-Treffer. So, und jetzt wollte ich wieder auf Leben gehen. Soll ich nochmal laden? Ach, egal. Wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Oh, jetzt ging es aber richtig flott weg. Jetzt gehe ich wieder auf. Ok. Ich möchte ja probieren immer allen was zu geben. Nicht nur bestimmten. Und deswegen suche ich immer das raus, wo alle drin sind. Nicht nur bestimmte Kapos. Oh, der erste Daumen. Zweite Daumen. Ausweichen, HP, HP. Da ist jetzt Ausweichen drin. Nächster Kampf. Oh, jetzt kommen wir ja. Ganz starken. Der nächste Daumen. Oh, jetzt machen wir den. Wieder leben. Nein. Das ist meine letzte. Es wird langsam knapp. Ausweichen. Endlich wieder ausweichen. Jawohl. Und die nächsten zwei. Ja. Super. Ich nehme den jetzt. Meine Kapos brauchen Leben. Mehr Leben. Einer ist gestorben noch. Ein epischer war das auch noch. Jetzt habe ich 40% fast am Ende. Ich bin gleich am Ende. Kampf. Gut. Fast voll. So ist es schon mal gut. Jetzt brauche ich nur noch Schaden und Ausweichen. HP, 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 HP. Na gut, dann erfüllen wir die HP. Da ist das Ende. Jawohl. Jawohl. Ja. Ausweichen. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Nächster Kampf. Ich hätte auch noch überspringen können, aber egal. Wir nehmen alle mit. Jawohl. Jawohl. Super. Hm, das brauchen wir nicht. Meine sind schon immer voll am Ende. Nehmen wir das. Immer wenn ein Gegner stirbt, kriege ich für den, der am wenigsten Leben hat, 20% HP. Aber, das wird was ist es ist, dass das Ding ist. Easy. Bunyu und Kleid ist down. Jawohl. Ich bin stolz auf euch! Videoboost? Nein. Kapost dort? Kein Problem. Was ist das für ein Kampf jetzt? Ich glaube ich habe den schon mal gemacht, aber ich weiß es nicht mehr. Hm, Niederlage. Achso, ok. Schnell. Ja. Ja. gut also es war nur ein extra bonus hätte ich vorher kämpfen müssen naja ist ja nicht schlimm eine quest fertig und die zweite quest fertig hier fehlt ab 50 wenn er 50 hat ok muss ich ihn aufleveln ok ab 54 ok ok ich habe einen Zigaretten so ein Mist also Geld habe ich wahrscheinlich genug auch na komm war mal Kampf hm der war leichter hatte ich bei den Einmeerprobleme gehabt jetzt habe ich es ins Krankenhaus und hier kommt rein der ach der hat keine Automatik drin ich brauche Zigaretten automatik ab 52 ach Mensch was ist denn hier drinnen sammeln ok ach je okay also so an an so las bei ich Was ist mit denen da los? Cooles Spiel aber. Schönes Minigame. Wieder laden, 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 laden. Zigaretten. Einfordern. Wow. Einfordern. Das ist immer richtig, nice. Genau das brauchte ich. Warte, nee, das hier nicht. Dann komme ich nochmal zurück. Kapo, Kapo, Straße. Da war das. Sie muss 52 sein. 52. 52. Okay. Straße. Und sie hier. 54. Noch viele. Dann hast du es auch geschafft. Und. Fertig. Jawoll. Und zurück zur Straße. Schutzgeld verbessern. Auf 550. Ist das Gebäude hier. 500 habe ich. Irgendwie ist mein Rechner voll langsam. 550. Ich brauche nur einen Rechner. Plus Deck. Wenn ihr das seht, bitte lasst mich gewinnen. Okay. Okay. Wow. Das dauert aber. Knete geht glaube ich ein bisschen schneller. Auf welches Level kriegst du automatisch 50. Du willst Level 50 sein. Kein Problem. Fertig. Tresor nochmal gucken. Oh. Hier. Da kann ich den 10er Pack kaufen. Zack. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hm. Sind nur 10 drin. Schade. Bei vielen Spielen ist ja dann so, dann kriegst du einen Bonus. Hier nicht. Erst nochmal hier gucken. Das nächste Minispiel. Äh. Ich würde sagen. Nachteil ist besser. Äh. Ich würde sagen. Nachteil ist besser. Ich würde sagen. Ich will noch so ein Spiel. Das macht Spaß. wieder laden runde 3 lauf da schneller hin was war das? wiederholen der war so schnell gewesen da warten warten loslaufen gerade bist du da schnell durchge... ich wollte gerade sagen ok jetzt hängt er da was macht er da boah wo will er hin? wo will er hin? also ich glaube das ist ein bisschen buggy ok die ladezeit aber macht spaß ok warten das schafft er niemals ok und boah da war er sich ja weit bei dem Hund bei der Frau hat er sich noch ein bisschen Zeit gelassen aber bei dem Hund da war schnell oh cool Zigaretten verdient Nummer 5 oh das ist ja das ist ja kommt da kein Wasser rein der Cheffe der Cheffe ist da Florian aber sehr Nicht die das wurde die Da-daa! Hier. Duh du 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 du. Na, und jetzt, dann würde er einmal das Essen, dann gibt den Hund das Futter, dann wir da das Essen, schneller, ok, warte mal ein bisschen, und doch, da warte mal vielleicht bis da oben ist, jetzt, schneller, oh, der war doch gerade noch was drin, 1 Meter geportet, du, 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 du. Go, 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 das sind nur noch 3 Runden, die schaffen wir auch noch, wo bin ich, ok, geh schnell hoch, äh, schnell runter, was gibt's doch nicht, mal beitert sich, mal ist er langsam, nochmal, nochmal wiederholen, da war ich ein bisschen zu langsam, ok, 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 noch mal wiederholen, da war ich ein bisschen zu langsam, nein, oh, ganz knapp, ganz knapp, So, Oh, ich hab den da total vergessen, auf den hab ich grad gar nicht mehr geachtet, Gott sei Dank ist das alles gut gegangen, wir sind ja nur zweimal gestorben, dreimal, ne? Ich glaub, wir sind dreimal gestorben, aber ich bin ja Red Dog und unendlich leben, Scherz. Ok, weiter geht's, 2 Runden sind das noch, oh. Oh. Der sollte doch gar nicht verbunden werden, komm, ist auf einmal dahin gerutscht. Wollte dann nur erst mal so hochsetzen, warte, bis er dran vorbei ist und dann laufen. Ja, ok, da kann er so durch, das schafft er auch so, boah, das ist auch jetzt übel. Ich schaffe das noch, ich schaffe das noch. Gleich runter ist ein Hund. Nicht berühren, ne, nicht berühren, ok, und los. Los. Wie soll das gehen? Noch einmal probiere ich das. Noch einmal. Noch einmal. Ah. Egal. Ich geb's auf. Ich schaff das nicht. Nein. Egal. Ich geb's auf. Ich schaff das nicht. Jetzt bin ich ganz traurig. Dann probieren wir diese Runde fertig zu machen. Und nimm das Gebäude ein. Kampf. Ah, warte mal. Da ist ja. Die ist stärker geworden. Go, go. Eins. Ach. Boah, ganz knapp. Ganz knapp. Arbeit, arbeitet, arbeitet. Der Baseballspieler. Jetzt muss ich noch die Quest hier fertig machen, oder? Ähm, das Studio muss auf 500 sein. Studio, das ist das hier, ne? Ah, ne, was ist das hier mit der Wurst und dem Brötchen? Pansu. Wurst und Brötchen. Das muss auf 500 sein. Okay. 400. 500. 54. Ah. Geld abheben. Hm. Putz. Das ist so'n Strich beim Studio. Das heißt, das schaffe ich dann. Was ist im Büro jetzt los, Familie, verbessern, ok, beim Kampf, Sofortkampf, gratis, sammeln, oh, schön, gut, dann gehen wir wieder auf der Straße, 13, 14 abgeschlossen, Gesamtlevel der Geschäfte muss auf 4.400 sein. Das geht noch jetzt nicht mehr. Ich hoffe, du gibst mir gleich genug Geld. Okay. 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 Ach jaa... 4400... Das ist eine ganz schlecke. Ist das Krankenhaus? Ah, wir kommen mal näher. Nee, nee, nee. Ach, da unten. So, ich bin jetzt nur hier, weil ich hier am schnellsten, was heißt am schnellsten? Weil es hier mit dem Geld am schnellsten geht. Ich kann mal rüber gehen, alles einsammeln. Wenn da was hätte. Hat aber nicht. Dann mal hier rüber gehen. Da nochmal verbessern. Bin ja fast fertig. Minimarkt. Ah, da oben die Tankstelle nochmal. Na. Das gibt's doch nicht. Geht drauf. Geht jetzt mal hier so ein bisschen rüber an dieser Seite. Schau, ob hier was ist. noch nicht. Da kann ich einmal. Wenn ich bei 4.350 noch was bin. dann manchmal im Studio weiter. Also noch zweimal. Oh, hier. Studio geht jetzt. Das war 15. Samme Knete. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und nächste fertig. Samme Zigarren. Ich bin dabei. Schüt. Ich bin dabei. Benutze einen Sofortkampf. Ach, habe ich doch gerade schon. Okay. Dann machen wir das halt so. Haben wir zwar 20 Diamanten verschenkt, aber das war jetzt nach Belohnung 20 Diamanten. Öffne 10 Tresore. Hm. Ich war vorhin wirklich so schnell. 10 Tresore öffnen. Ach. Passt doch wieder. Na. 10 Kapus. Auf der Straße wieder. Benutze Zigarren. Das heißt, ich muss Leute aufleveln. Ich soll Zigarren benutzen. Äh. Das ist der schwächste. Den möchte ich natürlich auch noch stark machen. Deswegen. Würde ich den jetzt so verbessern. Oh nein. erstmal nur auf Level 50 würde ich sagen. Okay. 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 Ich habe Zigarren benutzt. Nehmen wir den hier auch nochmal. Das die legendären alle stärker werden. Das die legendären alle stärker werden. gut. Gut. Dann beenden wir damit. Gehen zur Straße zurück. Benutze Sofortkampf. Schon wieder. Okay. Noch vier. Benutze Zigarren. Und weiter geht's. Ich war jetzt so bei. Der hier. Bist auf Level 50. Okay. Das machen wir jetzt fertig. Bis auf 50. Bist auf 50. Bis auf 50. Straße. Klasse. Bestehe ein Kampf. Ok, der nächste Kampf. Scheiße. Boah. So knapp. Nächster Kampf. Ich muss es nochmal probieren. Die haben meine Kapus gekillt. So, jetzt aber. Jawoll. Jawoll. Nice. Haben wir es geschafft. Wir haben einen Kampf bestanden. Sechs Kämpfe. Und wieder zurück. Nächster Kampf. Das wird langsam schwer. Uiuiui. Drei. Okay. Kampf Nummer 4. Oh, das ist schon wenig. Boah. Das ist sehr heftig. Also, ich häng grad bei Kampf Nummer 4 fest. Muss ich mal gucken. Wenn ich von den. Das ist immer eine ganze Zeit. Das ist ein Level 50er. Ich müsste noch zwei Kämpfe machen. Und das geht jetzt bis 5500. Alter Verwalter. Das ist doch doch eine Ewigkeit. Fangen wir mit denen an. Das ist der Preiswerteste zur Zeit. Da oben. Der ist auch preiswert. Oh, da oben. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Okay. Dann nehmen wir hier den hier. Schutzgeld. Waffenladen. Jetzt hier. Spielhalle. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Töckerte. Da oben. Da oben. Und hier oben. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Oh. Gleich haben wir es geschafft. Na ja, gleich. Immer schön schauen, was ich als nächstes aufleveln kann. Ich brauche hier nur einen fertigen. Also ich brauche gar nicht die Kämpfe machen. Das reicht, wenn ich die Knete oder die Geschäfte hochlevel. Da oben. Entführung. Ich brauche. 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 Ach ja. Die letzte Quest. Was ist das hier? Ach so. Ich brauche gar nicht anklicken. Ich mache einfach nur hier. Zack. Heißt es alles nehmen. Okay. Ja. Trotzdem kann ich keine Häuser weiter ausbauen. Ah. Die Tankstelle. Hier bin ich noch 450. Boah. Ich schaue mal nach. Ich schaue mal nach die Kapos. Ja. Die ist auch bestimmt stärker. Und die hier auch. Die haben ein lilanes Ständchen. Ein lilanes Ständchen da wieder. Okay. 50-50. Aber den hier auch noch. Auf 50. Und 50. Jawoll. Die blauen sind ja nur so da. Die muss ich aufleveln. Wenn sie irgendwie in Häuser reinkommen. Ansonsten. So. Jetzt aber. Der Japaner weg. Und der Japaner rein. Zwei Japaner. Zwei Italiener. Oder Italienerinnen. Und eine Mexikanerin. Gut. Oh. Der ist immer noch ein bisschen stärker. Ja. Ist er. Ist er. Aber nicht mehr ganz so schlimm wie vorher. Oh. Hier. Zack. Oh. Perfekt. Mit dem Geld war ich schneller gewesen. Ich bin doch schon verbunden. Na egal. Wir fliegen jetzt in eine neue Stadt rein. Da 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 da. Rang 11. Und unsere neue Stadt ist. Welche ist das nur? Überspringen. Das dauert mir so lange. Guck mal wie langsam der lädt hier. Ja. Meine Güte. Meine Güte. Ich glaube. Die Festplatte ist schon wieder voll. Muss glaube ich wieder alles runterschmeißen. Hallo. Hallo. Muss die neue Stadt überspringen. Ungeduldig. Ungeduldig. Luzer. Oh. Es geht schneller jetzt. Ich wollte drüber springen. Warum schaue ich jetzt das Video? Na gut. Okay. Und das ist jetzt die neue Runde. Wir werden erst einmal kurz das übernehmen. Kaufen. Mit Kampf übernehmen. Ach. Sicher mit Kampf. Okay. So. Das ist jetzt. Ein Kapo setzen wir rein. Sie wird uns empfohlen. Eigentlich immer die oberste. Außer wenn das steht schon in Arbeit. Dann eine andere nehmen. Aufsah. Normal. Nochmal. 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 Witzel. So. Und dann würde ich mal sagen. Das war's für heute. Haben wir nur noch mal einen kleinen Startpunkt gemacht. Fürs nächste Mal. Vielleicht werde ich das auch noch weiterspielen. Ich weiß es nicht. Ich werde es mal schauen. Aber auf jeden Fall war es für heute. War auch lang genug. So. Also. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. 2019. Naja. Und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.